Ich kann auch friedlich sein. Ich bin eigentlich auch ein friedlicher Assassine. Oh, hier schwimmen schon ganz viele Leichen. Ich muss ja Grund gehabt haben. Oh, die haben ja alle was zu blühen und das ist schön. Was ist das denn? Das ist ja gruselig. Die schwimmt hier in so einem Totenteich. Ich denke mal, dass es gehört mit zum nächsten Weltereignis, das hier stattfindet. Dann nehmen wir mal hier den Brief. Papierschnipsel, drei Schweinchen heute, fünf Schweinchen morgen. So viele verlorene kleine Schweinchen, saftig und fett. Mein Festmann wird Tage dauern. Es sind Schweinchen vielleicht Menschen. Die hat jetzt auf jeden Fall einen Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die ist gestört auf jeden Fall. Mal gucken, ob die Tür gleich zugeht. Aber wir sind ja... Gift. Ich muss sofort hier raus. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Krass. Die legt halt hier Menschen rein und dann tut sie die wahrscheinlich im Fluss werfen. Das ist ja heftig. Und hier liegt auch so ein Kopf rum, ne? Krasser Scheiß wieder. Dann bringen wir die halt um. Hast du noch was zu sagen? So, das war die Dame vom See. Die hat es auch nicht so mehr ganz erlebt. Auf jeden Fall ja, das war halt eine Mörderin und deswegen lagen auch so viele Leichen hier.